Hallo Leute, es ist wieder mal soweit. Weihnachten steht kurz vor der Tür und viele von euch wissen noch nicht, was sie ihren Liebsten und Freunden schenken wollen. Und deshalb haben wir für euch wie jedes Jahr unsere Geschenkempfehlungen und wenn ihr wissen wollt, welche Spiele sich besonders gut auf dem Gartentisch machen, dann schaut gleich weiter.